Ich bin Tobi, ich bin von Gnome und ihr seid jetzt in einem Vortrag darüber, oder der davon handeln soll, wie ich oder wie wir bei Gnome glauben, dass ein sichereres Betriebssystem, sichere Bedienelemente, Bedienkonzepte aussehen könnten. Und wir sind nämlich bemüht, also wir von Gnome sind bemüht, Interfaces zu basteln für Leute oder ein System zu basteln für Leute oder für alle Leute in einer Art und Weise, dass nicht nur die Freiheit, die Computational Freedom der Leute bewahrt, sondern das möglichst auch, naja, in diesem Kontext hier möglichst sicher gestalten. Wir wollen ein System bauen, was es bei Design schwer macht, Sachen unsicher zu machen. Und naja, jetzt wollen wir uns also eine knappe Dreiviertelstunde, hoffe ich, damit befassen. Und ich werde erst ein bisschen darüber reden, was ich denke, was Gnome ist und was ich denke, was die Ziele von Gnome sind. Und ich hoffe, dass ich euch hinreichend doll davon begeistern kann, als dass ihr auch Lust habt, dann Gnome-Sachen zu machen und mit Gnome zu arbeiten oder sogar an Gnome zu arbeiten. Danach möchte ich ein paar Case Studies mitbringen, ein paar Beispiele, wie ich glaube, dass wir, naja, die Welt ein bisschen besser machen können, zum einen. Aber auch, wie ich glaube, dass Gnome eine sehr, eine führende Rolle im Entwickeln von, naja, sichereren User-Interfaces, von sichereren Systemen eingenommen hat. Und dazu bringe ich, wie gesagt, drei Beispiele mit und wir werden dann uns das, wir werden die jetzt hier im nächsten, in der nächsten Dreiviertelstunde uns anschauen. Bei Fragen gerne reinrufen, also wenn ihr euch bemerkbar macht und ich euch nicht sehe oder drannehme, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass ich denjenigen nicht mag, sondern dass ich einfach niemanden sehe. Es blendet hier so ein bisschen entgegen. Also ruhig gerne laut dazwischen schreien und euch melden, falls ihr das Gefühl habt, dass es irgendwo Diskussionsbedarf gibt. Ich werde aber auch im Anschluss ein bisschen Zeit lassen und ich werde hier auch noch rumhängen im Laufe des Tages, um Sachen zu diskutieren und auszudiskutieren und ja, sehr gerne sogar. Gnome. Ich würde Gnome beschreiben als ein Projekt, das als höchsten Wert die Freiheit des Benutzers hat. Die Computational Freedom, Software Freedom, ist Priorität Number One. Das G in Gnome steht für Gnou. Gnou ist Software Freedom. Die vier Freiheiten, die die Free Software Definition garantiert, die sind dem Gnome-Projekt sehr wichtig. Direkt danach aber geht es um Usability, darum, dass die Leute mit ihrem Computer Dinge machen und nicht davon genervt sind direkt. Also wir glauben, dass die Leute vorm Computer sitzen, nicht weil sie gerne vorm Computer sitzen, sondern weil sie Sachen erledigen müssen. Leute sitzen vorm Computer, weil sie eine Aufgabe haben und die möchten sie irgendwie erledigen. und das möglichst schmerzfrei und möglichst ohne, naja, ohne, dass einem das System da Stein in den Weg legt. Und das hoffen wir, dass wir das gut umsetzen mit das, was man heutzutage User Experience nennt. Das System soll sich anfühlen, soll sich einheitlich anfühlen und soll einem, naja, das Leben, die eigentlichen Aufgaben leicht machen. Das ist so ein bisschen das Mindset, mit dem Gnome an die, naja, an die Problemlösung herangeht und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute meckern, dass überall Haken und Knöpfe fehlen, um Optionen zu setzen oder Sachen zu ändern. Eben, weil das Mindset ist, dass die Leute eigentlich nicht gerne Knöpfe drücken und Sachen verstellen wollen. Die Leute wollen irgendeine Aufgabe machen. Und da, naja, versuchen die Gnome-Jungs entsprechend Workflows und Prozesse zu erarbeiten und Interfaces zu designen, die einem das eben möglich machen. Die Freiheit, die Computational Freedom, die Software Freedom ist ein großer Punkt, wie ich sagte, aber Gnome liegt auch viel Wert darauf, von jedem benutzt werden zu können. Die Übersetzungs-Stories von Gnome, die sind relativ populär. Also die Gnome ist übersetzt in ganz vielen Sprachen und die Leute hängen sich rein, um auch sämtliche Gnome-Applikationen in alle Sprachen zu übersetzen. Und den gleichen Fleiß und die gleiche Hingabe gibt es für Accessibility-Technologien. Also für Leute, die, ich sag mal, ungewohnte Eingabemethoden haben zum Beispiel oder die ungewohnte Sehgewohnheiten haben. Und das zieht sich durch, das Gnome-Projekt durch. Und die Folge ist, dass sämtliche, naja, Unterstützungstechnologien, ich glaube, im deutschen Windows heißt es irgendwie Unterstützungstechnologie, die Bildschirmlupe und was es da alles gibt. Diese Sachen, die heute Standard sind auf dem GNU-Linux-Desktop, viele von den Sachen kommen aus dem Gnome-Umfeld und Gnome hat diese Sachen gepusht, mit dem, naja, vor dem Hintergrund möglichst viele Leute dazu zu bringen, ihr Computing mit freier Software zu machen. Und also nicht nur der Computing mit freier Software zu machen, sondern auch angenehmes Computing, das einem nicht im Weg steht. Die Freiheit, ganz großartig erwähnt, vier Software-Freedoms. Wer sie nicht gerade zitieren kann, der kann sich ja mal bei einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee an einem Kaminfeuer die vier Software-Freedoms durchlesen und versuchen, die zu veränderlichen, um was es dabei geht. Und also Gnome ist seit jeher freier Software, ist tatsächlich als freie Software Alternative zu KDE seinerzeit gegründet worden. Seinerzeit, als es losging mit Fenstersystemen, mit X-Windows und mit entsprechenden Oberflächen, gab es schon so ein Toolkit, oder? Das Qt-Toolkit seinerzeit. Aber das war nicht frei. Und dann wurde eben Gnome als freie Alternative oder seinerzeit GTK als freie Alternative, als freies Toolkit zu eben proprietären Alternativen gegründet. Die Freiheit erstreckt sich aber auch auf die Freiheit vor Angst. Die Idee ist, dass der Benutzer möglichst angstbefreit sein soll, dass sein Computing nicht komprimitiert wird. Was immer das heißt. Dass das Computing sicher ist. Im weitesten Sinne. Also die Idee ist, möglichst Sachen richtig zu machen, sodass der Benutzer, naja, sorgenfrei arbeiten kann. Nun ist dieser Anspruch, den hat wahrscheinlich jedes Projekt. Also es wird wahrscheinlich kein Projekt geben, was sich auf die Faden schreibt, wir möchten Sachen möglichst unsicher machen. Wir möchten möglichst, dass unser Benutzer Angst hat, dass sein Computing irgendwie exposed wird und dass er irgendwie gehackt wird. Das wird wahrscheinlich niemand von sich sagen. Nun ist aber das Mindset, dieses Gnome-Mindset, was ich vorhin erwähnte, ich glaube, das ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, um ein sicheres System zu bauen, weil man weiß, dass die Benutzer, die achten eigentlich nicht so genau darauf, was der Computer eigentlich sagt. Also früher, noch vor fünf Jahren, haben wir diese X509-Warnung im Browser gehabt. Wollen sie wirklich sich verbinden? Ja, nein, vielleicht. Und die Leute klicken immer nur next, 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 weil sie wollen, also haben gerade die Adresse in den Browser eingetippt. Die wollen sich dahin verbinden. Also jetzt fragt der Computer, willst du dich dahin verbinden? Selbstverständlich will ich das. Ich habe doch gerade die Adresse eingetippt. Und sowas, naja, also man weiß so ein bisschen, wie Leute Entscheidungen treffen und die Hauptaufgabe eines menschlichen Bewusstseins ist, Sachen wegzufiltern. Und deswegen, naja, halte ich es für eine sehr gute Voraussetzung, wenn man versucht, möglichst wenig Sachen dem Benutzer in den Weg zu legen, die er potenziell wegfiltern könnte. Also wenn wir darauf vertrauen würden, dass der Benutzer aufmerksam sein Programm bedient und sich durch die Pop-Ups oder durch die Einblendung wirksam irritieren lässt, dann glaube ich, ist das nicht gut. Ich glaube tatsächlich, dass man versuchen sollte, das System möglichst interventionsfrei zu gestalten. Also umso wenig der Benutzer falsch machen kann, desto sicherer halte ich die resultierende Anwendung. Aber es ist auch trivial, weil umso mehr Sachen der Benutzer falsch machen könnte, desto mehr Sachen können auch schief gehen am Ende des Tages. Und wenn es diese Möglichkeit gar nicht gibt in First Place, dann, naja, also dann kann es ja auch nicht schief gehen. Und das ist aber auch so ein bisschen ein Konfliktpunkt, nicht? Also gerade die Hacker-Leute, die wollen immer ganz gerne alle Knöpfe drücken und alle Rädchen drehen und alles einstellen. Und das ist okay. Und dieses Gnome-Mindset, das widerspricht dem auch eigentlich gar nicht. Weil diese sämtlichen Knöpfe und Rädchen, die gibt es nur eben nicht notwendigerweise in dem Hauptinterface, da wo man die eigentliche Aufgabe erledigen soll. Also sämtliche Einstellungen, über die die Leute gemeckert haben, ich weiß nicht, mit dem Switch zu Gnome 3 haben die Leute gemeckert, dass der Desktop keine Ablage mehr ist. Also der Desktop-Hintergrund, dass man da keine Shortcuts mehr platzieren kann oder was für die Dateien oder so. Und das ist insofern richtig, als dass der Default-Wert das nicht vorsieht. Aber es ist eine Checkbox in dem Gnome-Twig-Tool und dann schaltet man sich die Funktionalität wieder frei. Oder Fontgrößen. Ich glaube, die Fontgröße ist hinter zwei Klicks versteckt oder so und nicht mehr so direkt zugreifbar wie vorher. Also dieser vermeintliche Konflikt, ich halte den für eine Nebelkerze. Dieser Konflikt zwischen wir wollen aber alles einstellen können und der Benutzer darf nichts falsch machen. Ich glaube, dass diesen Konflikt, den kann man lösen. Und ich glaube, die Innovation besteht darin, Prozesse und Interfaces zu designen, dass dieser Konflikt aufgelöst wird. Also ich werde im Weiteren über Prompts reden. Das Prompts sind beliebt gewesen, gefühlt jedenfalls. Als ich noch jünger war, kam keine Anwendung ohne Prompts aus. Also Model Dialogs, Dialoge, die den Fokus gefressen haben und man konnte nichts anderes machen, außer diesen Dialog bedienen. Am besten noch, während man gerade irgendwas gemacht hat. Und dann, also wollen sie wirklich verbinden? Ja, nein. Oder wollen sie wirklich löschen? Ja, nein. Also so Sachen. Ich halte Prompts prinzipiell, also wenn ich einen Prompt sehe, habe ich immer Zweifel, ob der Prompt gerechtfertigt ist. Ich sage nicht, dass jeder, jeglicher Prompt ungerechtfertigt ist, aber ich halte jeden Prompt für überdenkenswürdig. Und ich glaube, dass es cleverere Wege gibt, um die, naja, denselben Effekt zu erzielen, den man sich von so einem Prompt erhofft, eben aber mit anderen Mitteln. Und ich glaube, ein cleveres System, das findet andere Wege und ein cleveres System, ein cleveres Interface, das bietet, naja, andere Workflows, um auch denselben Effekt von so einem Prompt zu erzielen. Prompts, Model Dialogs, inhärent schwierig. Security Prompts, oh, Jesus. Security Prompts halte ich für falsch, in any case. Also dieses Beispiel, was ich schon dreimal gebracht habe, wollen Sie wirklich verbinden? Ja, nein. Also im besten Fall hat der Benutzer gerade irgendwie auf Verbinden gedrückt und dann fragt der Computer, wollen Sie wirklich verbinden? Ja, nein. Oder wollen Sie jetzt wirklich diese Aktion machen, die Sie gerade wirklich wollen? Bitte. Die Domäne, die Sie gerade rechtlich wollen Sie ja wirklich die Webinarien auf die Software zu erzielen. Ah, mhm. Also das Beispiel kam gerade, diese Domäne ist auf einer Blacklist, wollen Sie jetzt wirklich, wirklich sie hierhin verbinden. Das war ja ein Standardbeispiel und ja, also diesen Use Case, den hat man ja als Anwendungsentwicklung, äh, als Anwendung, die Funktionalität, dem Benutzer zur Verfügung stellen. Ja, aber auch da hast du heutzutage keine Prompts mehr. Also da, zumindest in Firefox hast du diesen, äh, naja, es, ja, ja und nein. Also diese, äh, wenn du noch zwei Folien wartest, dann, äh, gibt's richtig schöne Prompts aus der, aus der Bad Prompt-Sammlung. Und die, äh, diese, diese, Browser, zum einen, Browser ist schwierig, zum einen ist Browser ziemlich speziell. Browser, so ein Webbrowser halte ich für, für eine eher speziellere Anwendung auf dem Desktop. Und zum anderen machen die, äh, Browser-Jungs mittlerweile, äh, viel richtig für mein Gefühl. Und ich halte auch diesen, diesen Blacklist-Case, den halte ich für, äh, nicht so schlimm gelöst wie ein Modal Prompt. Also du kannst immer noch deinen Browser weiterhin bedienen, du kannst immer noch, äh, die anderen Tabs angucken, du kannst immer noch alles mit deinem Browser machen, was du auch sonst machen konntest, nur eben, jetzt nicht mit dieser Seite, die du gerade, nach, anfassen wolltest. und das, ja, das halte ich für nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht hinreichend gefährlich, als dass ich mich jetzt sofort hinsetzen würde und das patchen würde. Der Worst Case, äh, den Worst Case erkläre ich für, äh, Security Prompts mit einer permanenten Entscheidung, die dann im besten Fall auch noch nicht reversibel ist. Also mit dem Haken möchten sie diese Entscheidung sich merken, ja, nein, ist sehr, sehr beliebt. Also auch mittlerweile nicht mehr so, aber ist so, äh, noch als ich jünger war, war das so der, der beliebte, äh, der beliebte Prompt. Oder ja, nein, vielleicht und dann, äh, Entscheidungen merken. Und man findet nie wieder raus, wie man diese Entscheidung, die man einmal getroffen hat, während man gerade eine Aufgabe beledigt hat und während man vermutlich im Stress war und einfach nur noch, äh, die Applikation weiterbedienen wollte. Äh, diese Entscheidung kann man nie mehr in seinem Leben revidieren, außer Windows-Neu-Zu installieren, gefühlt. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Wer, wer immer so einen Prompt sieht, der müsste losgehen und den patchen. Also ich, mir ist auch keiner, keiner aufgefallen mehr. Es gibt noch, äh, noch ein bisschen ranzige Chat-Software, die, äh, so ein Ja-Nein-Vielleicht für immer, äh, so eine Kombination hat, am besten noch mit, äh, mit nochmal zweimal mehr Auswahlmöglichkeiten an Buttons, äh, damit man auch jeden, jeden noch so, äh, erdenklichen Use-Case abbilden kann. Aber tatsächlich sind diese, diese ganz fiesen Prompts, die sind mir so nicht mehr untergekommen. Ein Beispiel, was es, äh, gab seinerzeit, die sind alle ein bisschen, ein bisschen angestaubt, jetzt die Beispiele, aber es, ähm, also um den Effekt zu erzielen, habe ich ein bisschen in der, in der Kiste gestöbert und, äh, naja, ein bisschen alte Prompts jetzt mitgebracht. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber es ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, gut, wenn es keine ganz aktuellen, äh, Prompts mehr gibt. Aber so alt ist der auch nicht, ne? Also der ist schon, schon relativ modern, dieser Prompt im Gegensatz zu den anderen, die ich noch, äh, mit habe. Aber das ist so ein Klassiker, oder? Also, äh, willst du da jetzt wirklich hinverbinden? Ist untrusted? Äh, ja, nein, vielleicht. Und remember? Und, äh, niemand weiß, wie man diese Entscheidung jemals wieder revidieren kann. Das halte ich für am schlechtesten gelöst. Ich verstehe den Use-Case. Also ich, äh, ich hab selber genug programmiert, als dass ich sehr gut verstehen kann, ähm, was der Programmierer machen will. Ich halte nur die Umsetzung dieses Problems für sehr ungeschickt. Dort eine, eine Lösung für dieses Problem könnte sein, beim Setup dieses Accounts, also gleich beim Setup, während der Benutzer seine Credentials eintippt, gleich dort irgendwie anzubieten, das Settifikat zu pinnen. Oder vielleicht sogar alleine, also von, von selbst zu pinnen. Unter der Annahme, dass, äh, dass man so ein Trust-on-First-Use-Model hat oder sowas. Und jeden, aber, also jedenfalls nicht, nicht jetzt, wenn ich gerade meine Chat-Applikation starte, wahrscheinlich will ich gerade meinem Kollegen irgendwas Wichtiges mitteilen oder so, äh, äh, dann frage ich, werde ich gefragt, will ich das wirklich tun? Hell yes. Ich meine, ich hab's gerade, gerade aufgemacht. Ein anderer Klassiker sind Software-Updates. Und ich glaube, wir sind, wir, wir Hacker, wir können damit relativ gut umgehen. Also wir können das, wir können wahrscheinlich relativ viel Semantik aus diesen, aus diesen Buchstaben aneinanderreihungen ziehen. Ich glaube, uns ist das, ähm, gut genug möglich. Wobei es auch da Studien gibt, die Leute nach einer, ähm, informed decision gefragt haben, von, äh, Standard-Security-Software. Ich hab die Details jetzt vergessen, aber die, ähm, der, die Erkenntnis aus dieser Studie war, dass sogar die Experten nicht besser sind als eine Münze. Also wir wirfst besser eine Münze, um die Entscheidung zu treffen, als die Leute zu fragen. Die von sich auch noch glauben, sie würden relativ viel Ahnung haben. Äh, genau, Software-Updates und, äh, also der ist jetzt nicht so, nicht so schlimm, der, mein Lieblings-Prompt ist dieser. Wir haben hier irgendwie ein Paket gefunden und, äh, bevor du jetzt irgendwas machst, bitte führe dieses Kommando aus, pk-cont-update, dash, dash, reboot, dash, in der Begleit für Dora und so weiter, ja, nein. Also, äh, auch da, ich verstehe ein bisschen, was der Programmierer machen wollte und ich verstehe auch, warum diese Lösung gewählt wurde. Einfach, weil es, äh, ist relativ viel einfach. Also, die, die API von GTK, um so ein, so ein, äh, so ein Modal-Popup zu machen, die ist halt simpel. Das ist Hit-and-Run. Das sind irgendwie 15 Zeilen Code und dann, dann ist es fertig. Das ist gut. Aber, wenn ich mir vorstelle, dass wir Leute auch erreichen wollen, die vielleicht zum ersten Mal einen Computer installieren oder zum ersten Mal einen Computer benutzen und zum ersten Mal Software-Updates machen, dann, äh, halte ich das für schwierig. Und ich glaube, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn wir auch diese Leute dazu, äh, enablen, ihr Computing sicher zu machen und, äh, nicht irgendwie, ja, nein, drücken. Nicht mal vielleicht. Also, mittlerweile ist auch, wenn es Pop-Ups gibt, ist mir aufgefallen, in den letzten, weiß ich nicht, paar Jahren, aber noch nicht so lange, äh, bietet Software gerne auch einen Vielleicht-Button an. Das finde ich ganz clever eigentlich. Also, weil dann, äh, der Programmierer hat wahrscheinlich schon eine Ahnung, äh, ist das gut? Also, ich meine, der Pop-Up kommt ja auch nicht umsonst, oder? dieser Prompt, der ist ja auch da, um, aus irgendeinem Grund vermutlich, weil die Aktion, potenziell gefährlich ist und mit so einem Vielleicht-Button, naja, äh, nimmt der Benutzer, dem, Quatsch, nimmt der Programmierer, dem Benutzer ein bisschen die, ach, ja, diese geistige Unruhe, was denn jetzt los ist. Also, weil, äh, hat jemand Eltern vielleicht von euch? Und, äh, Eltern mit Nicht-Windows-Systemen, dann ist schon, äh, also, ich hab schon ein paar Mal aufgeregte Anrufe gekriegt, nicht, soll ich jetzt wirklich hier irgendwas drücken oder nicht, weil die, manchmal sind Formulierungen sehr schwierig. Beliebt ist auch Internet geht nicht. Stellt sich raus, ja, der ganze Maschine bootet nicht, weil Kernel-Modul irgendwie ist gecrasht, ich hab so ein Bug in der Boot und letztens, Internet geht nicht. Also, ja, also überhaupt gar nichts geht. Ich dachte, das ist ja eine andere Geschichte, Katastrophe. Jedenfalls, glaube ich, dass die Einstellung sein muss, den Benutzer möglichst wenig zu belästigen mit Sachen. Und es gibt ein, ein Zitat, ist schon ein paar Jahre, äh, paar Jahre alt, dass mit jeder Interaktion, die dein Security-Feature braucht, äh, stagniert deine, deine Userbase, äh, um 50 Prozent. Also, du mit jedem Klick, mit jedem Keystroke, mit jeder Taste, die du tippen musst, verlierst du die Hälfte deiner Zielgruppe. Das ist schon ziemlich krass. Also, man macht sich da vielleicht nicht so viel Vorstellung, aber ich bringe mal ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, weil ich, äh, auch aus der, der Schiene komme. Ich bin, eigentlich bin ich Kryptograph. Eigentlich mache ich so, äh, naja, Kryptographie-Algorithmen und so. Und, ähm, das mit dem, mit der, äh, mit der User Experience und den, und den Benutzer-Führungen, das habe ich mir eigentlich erst die letzten Jahre so angeeignet und irgendwie fand ich das spannend. Und, ähm, weil ich Kryptograph bin, kenne ich diese Situation sehr gut. Wer kennt sie noch? Ah, wenig. Wer schreibt mal rein, was das für eine Situation ist? Ein Key-Syling. Jawohl, ein OpenPGP-Key-Syling. Was machen diese Leute da? Wer traut sich, was zu sagen? Du hast doch gerade Key-Syling rufen. Was machen die Leute da? Genau, sie prüfen den Fingerprint, der ist, äh, jeweils gegenüber, und, äh, prüfen dann noch die Identität des, äh, Gegenübers. Und das sind, äh, das sieht jetzt, äh, nicht so schlimm aus, nicht, aber das ist, ähm, Fosdem. Fosdem ist das größte, äh, Free-And-Open-Source-Developer-Meeting, heißt es. Das ist das größte Treffen von ungewaschenen Hippies, äh, in Europa. Irgendwie 8000 Leute waren letztes Jahr da. und die, äh, Teilnehmer an dieser sogenannten Key-Signing-Party, Party, also es, äh, es gibt nur Erkältung, also, unverständlich. Jedenfalls sind es 250 Leute, 244, glaube ich, waren in dem Jahr angemeldet. 244 Leute, die im, äh, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar, in dem Zeitrahmen ist es. In dem Jahr lag kein Schnee, aber ich habe auch schon oft genug im Schnee gestanden. Und, äh, also das zieht sich hin. Das sind, äh, 250, äh, Leute, die sich toll fühlen, weil sie, äh, Zahlenketten vorlesen. Und, äh, also, dann, 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 dann fachsimpeln die Leute über, über Reisepässe und Ausweisdokumente und ob die abgelaufen sind und ob die Identität immer noch gültig ist oder nicht. Und das sind, also gut und gerne mehrere Stunden, die man da verbringt im schönen Brüssel, die man auch anderweitig hätte, die Zeit, die man auch anderweitig hätte nutzen können. Und diese Leute, die nehmen also diese Fingerprints. Das sind Fingerprints. Das sind 160-Bit kodiert. In, äh, in dem Fall Base 16. Base 16, äh, kann man machen, dann ist aber kacke. Also mit Base 16, äh, also nicht nur, dass du 20 Zeichen eintippen musst, nicht? Und jetzt rechnen wir 2 hoch 20. Das ist die Zahl an Benutzer, die wir verlieren, wenn wir, wenn wir Fingerprints eintippen. Äh, nicht nur das. Beim Abtippen selbst, also nicht nur machst du die Tastatur früher kaputt und so, weil du musst ja 20 Mal dieses, äh, die Zeichen eintippen und so. Sondern auch, äh, äh, hast du potenziell Probleme, die Zeichen überhaupt zu lesen, oder? Wenn du, äh, mit diesem Keysigning, ähm, traditionell, State of the Art, so wie die Leute das machen, die nehmen, äh, ausgedruckte Papiere mit. Dann haben die, haben die Leute 10 Blatt Papier in ihrem Rucksack. Natürlich, äh, hochsicherheitsmäßig, ne? Weil, also man macht dann Kreuze auf dieses Papier und dann muss man dieses Papier immer gut verstauen, damit niemand anders böse Kreuze drauf macht und so und Katastrophe jedenfalls. Nach dreimal knicken sieht man die Zahlen nicht mehr, weil der Toner sich dann ablöst und so. Und, also, Base 16 ist halt, ist halt ein bisschen doof. Aber so ist es gerade. Das ist Status Quo. Das ist, äh, so wie, äh, wie wir Menschheit, äh, uns gerade hin entwickelt haben. Also, das ist jetzt gerade, äh, ja, Pinnacle of Design. Und das, das allergrößte für die, für die OpenPGP-Jungs ist es dann, CAF zu benutzen. CAF ist das, äh, das einzige Tool, mit dem man, äh, vielleicht Keys signieren kann. Also, man würde meinen, äh, äh, die Standard-OpenPGP-Implementierung, äh, GNU-PG, die, äh, könnte gut Keys sein. Mittlerweile stimmt's auch. Mittlerweile geht's. Aber noch bis vor einem Jahr oder so war es nicht möglich, äh, den Best Practices folgend Keys zu signieren. Und dann, wenn man das also machen wollte, auch, äh, relativ komfortabel, dann benutzt man CAF. CAF ist ein Programm, äh, see, I, fire and forget, ist, äh, geschrieben in Perl, äh, hinreichend gut, aber, äh, oder was heißt aber? Um das zu konfigurieren, äh, äh, schreibst du Perl. Das ist die Konfiguration. Also, wenn du anfangen willst, äh, CAF zu benutzen, dann darfst du dir erstmal ein Buch kaufen, um Perl zu lernen, damit du deine, deine Sachen eintragen kannst in die Konfigurationsdatei. Und jetzt stellen wir uns vor, wir wollen mit Leuten, äh, äh, sicher kommunizieren, die potenziell so einen Computer zum ersten Mal aufklappen. Und dann, äh, also ich halte es für schwierig, den Leuten erstmal, äh, äh, zu sagen, dass sie jetzt erstmal drei Jahre lang Perl lernen müssen, bevor wir anfangen können, eine E-Mail zu schicken. Und ich glaube, das können wir besser. Ich glaube, äh, äh, in 2017 muss das besser gehen. Und, äh, man kann sich auch ein bisschen fragen, wieso, äh, sind wir in dieser Situation? Wieso sind wir in der Situation, dass wir gefühlt die schlechtesten Entscheidungen treffen, die man hätte treffen können? Also, wenn man, äh, sich im, in der Geschichte, äh, an einem Zeitstrahl langhangelt und man, man, man überlegt sich, machen wir jetzt Base 610, machen wir Base 8, machen wir Base 2, machen wir irgendwas anderes? Und Leute nehmen, äh, Base 610, was vermutlich eines der schlechtesten Kodierungen ist für, für 160 Bits, äh, von da. Und dann, ach, das ganze Ökosystem, das ist so schwierig, ne? Da steht jetzt noch was mit O-Kammel, äh, die, äh, das Key-Server-Netzwerk, weil, wo kriegst du die Keys her, ne? Du hast jemanden gegenüber. Du stehst, äh, physisch, kannst Hände schütteln und ihr, und, ihr, ihr murmelt 20, äh, 20 Bytes von dem, von dem Papier. Dann brauchst du am Ende des Tages noch irgendwann den Schlüssel. So, wo holst du den Schlüssel her? Ja, Internet irgendwie, klar. Aber Internet was? Du musst irgendeinen Dienst diesen Schlüssel ausliefern. Und das sind, äh, Server, die in O-Kammel geschrieben sind. Ich, also ich kenne eine Menge Leute, auch eine Menge Programmierer und genau drei von denen können O-Kammel. Es gibt Bugs in der SKS-Key-Server-Software, die können nicht gefixt werden, weil die Leute nicht wissen, wie es geht. Weil einfach niemand O-Kammel kann. Und wir haben Infrastruktur, wir halten uns diese Infrastruktur auf, ohne, äh, ja, es ist ein bisschen deprimierend manchmal. Manchmal möchte man sich in die Dusche legen und weinen. Also, äh, anyway, auch so schlimm ist es. Aber es wird besser, es wird besser. Vom Spannungsbogen sind wir, sind wir gerade am Top. Jetzt, äh, die Dramatik ist sehr hoch, aber es, äh, es wird besser. Ich glaube, die, also ich, ich, ich mach das so ein bisschen lächerlich, oder? Und ich, äh, mach das so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich, ich stilisiere das so ein bisschen hoch. Ist natürlich, ähm, der Show wegen und, äh, ich verstehe sehr wohl, warum das, äh, passiert ist, wie es passiert ist. Und ich glaube, dass, äh, der Grund ist, dass die Leute primär sich selbst im Kopf haben. Oder gehabt haben. Und ich glaube, das ist okay. Ich glaube, dass es ein, ein Hauptdriver von freier Software ist, seine, äh, your own edge, itch zu scratchen, oder? Sein eigenes, sein eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Und die Leute waren, waren sehr happy mit Base 610 und mit Pearl und so. Ist, äh, ist völlig okay. Ist gar nicht, gar nicht groß zu kritisieren. Aber vielleicht können wir in 2017 ein bisschen weniger Pearl machen. Ist ja auch nicht mehr so fashionable. Äh, jetzt ist ja, weiß ich auch nicht, äh, ja, hier sind, äh, Pearl 6-Leute unterwegs, ne? Ich weiß, das ist, äh, schwieriges Terrain. Äh, 2017, glaube ich, könnte aussehen vielleicht so. Äh, das ist jetzt speziell für das Keysigning-Problem. Zwei Leute treffen sich, wollen ihre Schlüssel tauschen. Wie machen sie das? Naja, vielleicht kriegen sie eine Liste von ihren Schlüsseln. Und, äh, also, weil die Anzahl an privater Schlüssel, die man so hat, ist, äh, in der Regel überschaubar. Das geht in der Regel in, in, in so eine, in so eine kleine Liste rein. Und vielleicht könnten diese Leute draufdrücken und dann gibt's eine, ja, eine Art Detailansicht oder so. Und vielleicht sogar was Maschinenlesbares, was man mit einer anderen Maschine auslesen kann. Sondern, äh, muss man nicht abtippen oder Zettel ausdrücken oder so. Und vielleicht könnte die andere Seite diese Maschinenlesbare Form scannern oder so. Und dann vielleicht könnten die diese beiden Programme dann Computerliebe machen und die Schlüssel austauschen irgendwie. Und vielleicht könnte dann im nächsten Schritt, äh, irgendwie man den Benutzer dazu bringen, ähm, diese Signatur zu produzieren. Ohne Perl. Das, äh, wäre doch gut eigentlich, oder? Das wäre doch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr 2000er. Also, nicht, äh, nicht unbedingt 2017, nicht unbedingt 2010, aber ein bisschen mehr 2000er vielleicht. Und das, äh, weil Live-Demos immer fehlschlagen, habe ich ein Video mitgebracht. Äh, ja, es, ähm, ich würde gerne kommentieren, aber so viel gibt es auch gar nicht zu kommentieren, weil das ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Man, äh, könnte sich den Schlüssel da links drücken, äh, auswählen und rechts einscannen. Äh, und dann könnte der Schlüssel übertragen werden und mit einem, äh, einem weiteren Klick könnte die Signatur produziert werden. In dem Fall springt der, äh, E-Mail-Client von dem Benutzer auf mit einer vorgefertigten E-Mail, die dann, äh, im besten Fall nur noch abgesendet werden muss. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Gmail-Jungs und fragen, wie das denn mit Gmail geht, habe ich keine Ahnung, aber, äh, für mich, für mich ist das gut genug erst mal. Das, äh, war eine, eine Case-Study, von der ich denke, wie man, wie man ein, naja, ein Problem, äh, mit einer Herangehensweise, ähm, lösen kann, die es dem Benutzer erlaubt, weniger Sachen falsch zu machen unterwegs. Es gibt, ach so, äh, äh, später noch, äh, habe ich mich breitschlagen lassen, ähm, so ein Keysigning zu machen, mit der App, wir brauchen Beta-Tester, ich glaube, später irgendwann im Schedule steht irgendwas. Also, wer Lust hat, äh, äh, auf potenziell sichere Kommunikation, äh, via E-Mail, auch, äh, der kann gerne später kommen, auch gerne Leute, die noch keine Erfahrung in dem Bereich haben, weil das ist ja, naja, ich glaube, wir müssen die, die Userbase von, von OpenPGP müssen wir drastisch erhöhen. Also, dafür, dass das, äh, dass OpenPGP jetzt 30 Jahre oder 30 Jahre ungerad alt ist und 50.000 Benutzer im, im Strong-Set hat, ist das, äh, das, äh, eine sehr lausige Quote. Das ist die Zahl, die Facebook jeden Tag an neuen Benutzern kriegt. Und ich glaube, wir können, äh, die letzten 30 Jahre vielleicht ein bisschen, äh, beschleunigen. Key-Generierung kam auf, ob das gelöst sei, die Antwort ist nein. Es gibt mittlerweile, in 2017 gibt's, äh, weniger Möglichkeiten als noch vor 5 Jahren tatsächlich, weil die, äh, ja, also zumindest Gnome hat keine, keine vernünftige OpenPGP-Shell, kein, nichts Vernünftiges, um, naja, sowas zu managen wie Schlüsselgenerierung. Äh, ist leider nicht gelöst, aber ich halte das für relativ simpel tatsächlich heutzutage. Also, wenn du nachher noch, 2-3 Stunden Zeit hast, dann können wir ein bisschen zusammensitzen und hacken. Das, äh, dürfte, ja, also, ich, ich glaube, dass, äh, mittlerweile ist das mit der Key-Generierung sollte das relativ gut sein, auch weil GnomePG, äh, sehr viel, die haben sehr, sehr gut gearbeitet in der letzten Zeit und die sind sehr, äh, Admin-Werder- und brauchbaren Geaserzeugen. Naja, es gibt mittlerweile, äh, du willst vielleicht, spielst wahrscheinlich auf die, äh, Random-Numbers an, äh, aber das ist, mittlerweile gibt es getrandom in glibc, das, äh, ist easy. Authentication-Keys. Kann Authentication-Keys nur steuern, in der Key-Generierung. Ah, verstehe, ja, ja, vielleicht, aber können wir später gerne uns noch zusammen, äh, rumhacken, weil, also ich sagte, ich bin, eigentlich bin ich Kryptograph und die, so alles in dem Bereich, gerade wenn man das dann verbindet mit Benutzbarmachen und so, das finde ich, äh, finde ich sehr spannend. Gut, das war Case Study 1. Äh, Case Study 2, äh, ist Containerization von Apps. Also, alle machen Docker heutzutage, oder weil Docker cool ist. Aber dabei finden alle Docker cool als Software-Distribution-Plattform, nicht weil es so toll containerisiert, aber das ist auch ein anderes Thema. Wie, äh, nun wollen wir vielleicht unsere Apps, unsere Desktop-Apps auch isolieren, oder? Also, weil was heißt schon Containerization? Die Docker-Jungs sagen, ja, ich kann Docker-Get WordPress machen und dann läuft mein WordPress, aber das ist ja nicht Containerization. Containerization ist, dass meine Prozesse isoliert sind, dass es, äh, ein strikteres, äh, Zugriffsrechte-Modell auf meine Daten gibt, dass es irgendwie ein Management gibt von, äh, naja, Interaktionen zwischen Apps und sowas. Und warum können wir nicht einfach Docker machen? Docker gibt's ja aus der Technologie, das, äh, kann man installieren, upgetinstall.docker.io und dann, äh, kann man seine Sachen machen. Ja, geht im Prinzip, das machen auch Leute, ist halt ein bisschen kacke. Also, kann man machen, ist okay, es funktioniert auch wohl hinreichend gut, aber dann, äh, jetzt mit Docker speziell, muss man sich vielleicht in den Container rein-SS-Haren oder man muss den, den X-Socket reinlinken in den, in die Maschine selbst und dann, äh, kann die, kann diese Docker-App den ganzen X-Server kaputt machen und so, das ist alles, äh, alles unrund. Äh, ist also nicht trivial. Und wir haben, äh, noch potenziell mehr Desktop-Use-Case wie Audio-Video drucken. Da möchte man potenziell multiplexen, den Zugriff. Also, mit Docker selbst könnte ich zwar Geräte, also Devices, Device-Notes, Flash-Dev, äh, in den Container reinlinken und da verfügbar machen, aber ich will ja vielleicht ein bisschen, äh, ein Level drüber in der Lage sein, Sachen zu multiplexen. Ich will ja vielleicht zwei Webcams haben oder zwei Mikrofone und die will ich vielleicht steuern oder so. Und das, äh, muss man irgendwie machen. Also, muss man nicht, aber wäre schon, ich glaube, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn wir Technologie hätten, die das machte. Und, äh, wir sind da. Ah, bald, vielleicht. Es gibt, ähm, relativ neu, äh, Flatpak als Containerisierung, wie sagt man das auf Deutsch? Containerization, ihr wisst bescheid. Um die Apps, ähm, in separaten Isolationsräumen, Sandboxes, laufen zu lassen und um, aus diesen Sandboxes heraus mit dem Desktop zu interagieren. Flatpak ist ein, äh, ein großer Konsument, also Flatpak baut auf, ähm, Projekten wie OS-Tree oder Bubble Wrap auf. OS-Tree selbst ist, äh, beschreibt sich selbst als Git für Large Objects, also für, äh, ganze Datei, äh, für ganze Betriebssysteme, so beschreibt OS-Tree sich und Red Hat benutzt das für Atomic, um Updates, äh, äh, Atomar auszuführen, um, äh, da keine Inkonsistenzen zu haben und so. Wie vergleicht sich Flatpak zu Snap? Ja, sehr gute Frage. Bin ich, äh, ein bisschen raus. Ich weiß, es gibt die drei großen Player, die, äh, die Up-Image, das Up-Image, das Snap und das, und die Flatpaks. Und die, äh, Snap-Jungs, die machen, glaube ich, ganz viel über ihr, ihr LSM, ihr Loadable Security Module, über das, äh, Kernel-Modul, über, äh, Ab-Armor. Ich glaube, das sind, äh, die lagern viel Verantwortung in dieses Kernel-Modul aus. Und das ist, glaube ich, auch okay, aber vielleicht willst du da ein bisschen mehr Kontrolle im, in deinem User-Space drüber haben. Und die, das Flatpak, das benutzt eben zum Sandboxen das Bubble Wrap. Bubble Wrap ist so, Change Route, aber on Steroids, ist so, es gibt noch, also Change Route ist ein relativ simpler System Call von Linus einfach, oder? Und, äh, das kann man ein bisschen aufbohren, noch mit mehr, ähm, Sicherheitsfeatures, äh, nämlich Namespaces, äh, C-Groups und SecComp. Das sind alles, ähm, eben, Linux-Features, Linux-Interfaces, die man benutzen kann, um die, äh, na, um die Funktionalität seines Programms zu, äh, restrikten, um da Berechtigung wegzunehmen. Und man kann auch Bubble Wrap, äh, so laufen lassen, für seine, für seine Anwendung, einfach so, oder? Man kann, äh, Bubble Wrap, äh, benutzen, um seine Anwendung so zu, in einem Namespace zu betreiben. Geht auch hinreichend gut. Flatpak ist oben drauf und, äh, macht so ein bisschen das Management noch. Weil irgendwo müssen, äh, müssen die Binarys herkommen, die ausgeführt werden. Oder die müssen, also irgendwie müssen die auf die Platte kommen. Und Flatpak macht sowas zum Beispiel. Äh, die Sandbox selbst ist eher, äh, ich, ich nenne das hier klassische Security, klassische Linux-Security. Statisch in der Regel. Also es geht mit der Sandbox darum, äh, Sachen, äh, Dateien nicht beschreibbar zu machen oder nicht zugreifbar zu machen. Äh, System Calls zu unterbinden oder nur zu erlauben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese ganzen, äh, Security-Mechanismen, die sind eher, äh, ich würde sagen, wenn Docker alles richtig machen würde, würden sie das machen. Würden sie diese, diese klassischen Security, äh, Mechanismen benutzen. Nun möchte man aber irgendwie, äh, seine Anwendung, seine Real-Life-Anwendung auch betreiben, äh, und diese Anwendung, die, äh, macht potenziell Datei.io. Die, äh, Anwendung, die macht potenziell Sound. Die Anwendung, die macht potenziell irgendetwas, was nicht, äh, innerhalb dieser Sandbox geht. Weil, naja, äh, also die, die Anzahl an Apps, die, die self-contained sind, die man, äh, die man, äh, alleine betreiben kann, die ist tatsächlich relativ gering. Nicht mal so ein Solitär, läuft ohne weiteres, äh, in seiner, äh, fully self-contained Sandbox, weil irgendwann möchte man den Highscore speichern und später wiederfinden. Und spätestens dann muss, äh, diese Daten, die müssen irgendwo liegen. Also, ist ja erstmal nicht trivial, wo das, wie das geht. Wenn, wenn die Sandbox alles, äh, völlig unterbindet, dann würde das, äh, nicht mal dieses relativ einfache Spiel in der Lage sein, später seinen Highscore wiederzufinden. Äh, äh, genau. Es gibt, ähm, mit dem Bubble Wrap, äh, beziehungsweise über Flatpak, die Möglichkeit, diese Sandbox aufzubreichen, mit einem, äh, im Flatpak-Fall statischen Manifest. Das ist so, das, wie man das aus, äh, den, äh, wer damals noch Symbian gemacht hat, Symbian, äh, Serie S60, in der Entwicklung von Ups, da hat es gefühlt angefangen mit, mit so Manifests, dass man seine Anwendung beschreibt, äh, und damit dem Betriebssystem sagt, was meine, was diese Anwendung alles, äh, können darf. Die Android-Jungs haben das auch gemacht. Mittlerweile sind die mehr, also ich, ich bin nicht drin in dieser mobilen Welt, aber, äh, gefühlt sind die, äh, Android-Jungs mehr zu was, äh, äh, migriert, was, äh, wir, äh, Portals nennen. Also, interaktive Benutzerführung, wenn, äh, ich glaube, man kann sich entscheiden mit dem, mit dem modernen Android, dass man jedes Mal, wenn eine App irgendwas mit Adressbuch machen will, dass dann, dass man sagen muss, ja, ja, Adressbuch ist okay. Jetzt gerade ist Adressbuch okay. Und das Sicherheitsmodell da ist, dass der Benutzer ja, ja, also, offensichtlich jetzt irgendwas Adress, mit Adressbuch machen will. Da kommt so ein bisschen die Sicherheit her. Vorher, äh, kam die Sicherheit von den statischen Manifests, oder davon, daher, dass der Entwickler vorher seine App beschrieben hat und dem Betriebssystem vorher mitgeteilt hat, was die App können darf. Und hier, äh, verschiebt sich die Verantwortung ein bisschen in den, äh, Bereich des Benutzers. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und, äh, den Jungs bei Gnome gefällt das auch ganz gut, wenn der Benutzer, äh, die Verantwortung hat darüber, was mit seinem Computing passiert und was nicht. Konkret sieht das aus, äh, 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 ja doch, vielleicht. Haha, ganz genau, ganz genau. Ja, die, äh, der Einwand war, ist das dann nicht, sind das dann nicht wieder Prompts? Und, wenn du das, äh, das Potenzial ist da, ja. Wenn du, du könntest das mit Prompts lösen, ja. Du könntest, äh, immer Prompts zeigen. Das halte ich für nicht so clever. Also, ich, äh, halte ein, äh, ein System für besser, was ohne Prompts auskommt. Und ein Beispiel sind, äh, Datei-Dialoge, oder? Also, wenn deine App da eine Datei laden möchte, dann ist es, äh, halte ich es für nicht so clever, ein Pop-Up zu machen. Willst du wirklich die Datei laden? Ja, nein, vielleicht. Sondern den nativen, sondern wenn man den nativen File-Shocer zeigt, das, was der Benutzer immer sieht, wenn er eine Datei öffnet, dann hat der Benutzer in dem Moment die Möglichkeit, die Aktion abzubrechen oder eben seine Aktion äh, vorzuführen, indem er die richtige Datei wählt. So eine, das ist jetzt in dem, in dem Datei-Fall relativ simpel und relativ trivial, diesen Weg zu gehen. Andere, äh, für andere Use-Cases müsste man sicherlich ein bisschen mehr, bisschen, äh, mehr Hirnschmalz reinschmeißen. Insbesondere der, dieser Blacklist-Case, den wir vorhin hatten, der ist nicht, also ich kann jetzt nicht aus der Hüfte irgendein, ein Benutzerführungskonzept schießen, welches den, den, äh, gleichen Effekt hat, äh, den der, den der Programmierer, äh, haben wollte. Aber, ich glaube, man kann für viele Use-Cases, äh, kann man sich Sachen überlegen, die besser funktionieren, als, äh, ja, nein, vielleicht. Genau, und die Sicherheit, die kommt hier mit diesem Modell eben daher, dass wir, dass der Benutzer, äh, die Möglichkeit bekommt, entweder Sachen abzubrechen oder Sachen einfach zu, äh, zu rewerten, einfach Sachen wieder auf den vorigen, in den vorigen Stand zu setzen. Das sind, das ist zum Beispiel ein, ein Konzept, das man, äh, wahrscheinlich relativ häufig bei potenziellen, potenziell gefährlichen Aktionen, äh, einführen kann, dass man dem Benutzer sehr einfach die Chance gibt, Sachen wieder in den ursprünglichen Zustand herzustellen. Mittlerweile ist, ähm, ich halte es für, für clever, zum Beispiel beim Löschen von der, von einer Datei, nicht einen Prompt zu zeigen, willst du wirklich löschen, sondern die Datei zu löschen und dann irgendwo in irgendeinem Ort, äh, die Möglichkeit zu geben, die Aktion wieder zu, äh, zu rewerten. So, sowas. Und, äh, pro Use Case muss man sich sicherlich ein bisschen, äh, ein bisschen anstrengen und ein bisschen, äh, darüber nachdenken, was, was clever wäre. Jedenfalls, das ist Flatpak, ist sehr verkürzt. Man könnte also eine ganze, einen ganzen Tag lang über, über Flatpak reden und über die Security Features, die da mitkommen. Und, äh, die Kernbotschaft soll sein, diese Containerization-Technologie für Desktop-Apps, die kommt aus dem Gnome-Umfeld, ist, äh, auch relativ, äh, populär schon, ist sehr, äh, hat einen, einen großen, große Adoptionsrate. Das, das Bild, was, äh, womit ich eingestiegen bin, diese, äh, diese vielen Computer, äh, Containerize All Your Apps, das sind, ist ein, äh, ist Endless Mobile, die machen so billig Computer, oder billig klingt abwertend, die machen sehr günstige Computer für den, äh, sich bald digitalisierenden Markt, speziell so Brasilien und in Südamerika die Ecke und die, äh, machen das, benutzen Flatpacks in ihren Produkten ganz groß und, äh, es kommt gefühlt immer mehr, es, äh, es gibt schon relativ viele Apps, die geflatpackt sind und die man relativ einfach installieren kann. Bitte. Ah, mhm, die Frage nach den, äh, nach dem Umgewöhnen für Programmierer, die eine abschreiben, ob der alte Code auch, äh, weiterläuft und selbst, wenn er das tut, ob es, äh, langsamer wird. Ich hoffe, das habe ich, äh, so gut genug zusammengefasst. Ja, tatsächlich ist, ähm, ist die Idee, dass möglichst viel einfach so weiterläuft, gerade jetzt so diese File-Chooser-Geschichte und so. Wenn du, wenn du GTK programmiert hast, dann sollte das, äh, sollte GTK das transparent für dich umsetzen. Auch das Drucken, es gibt auch so ein Druckportal, äh, wo du drucken musst und so, äh, auswählen sollst, welchen Drucker und so weiter du benutzen möchtest. Und diese Sachen, die sollten transparent weiter funktionieren. Du wirst sicherlich, äh, mehr CPU-Zyklen auf den ganzen Prozess verbrennen, einfach weil mehr Logik ausgeführt wird im Hintergrund. Das kommt alles nicht for free. Also, das, äh, muss bezahlt werden mit CPU-Zeit. Ich glaube, also, ich habe nicht gemessen, ich kann nur, kann nur schätzen. Meine, meine Schätzung ist, dass die, die zusätzliche Anzahl an CPU-Zyklen dich nicht belasten wird. Ich halte das für, für sehr, für sehr billige Operationen. Alles. Äh, genau. Flatpack ist, äh, groß im Kumpen, auch, äh, auch die Ups. Also, du kannst deine, wenn du jetzt eine Ups hast, dann hast du die wahrscheinlich in, also von Null auf geflatpackte Ups, äh, je nach Komplexität, äh, zwischen 30 und, und 30 Minuten und einer Stunde oder so. Je nachdem, äh, äh, ja, je nach Komplexität auch. Also, die, äh, die Idee ist auch, es möglichst einfach zu machen, wenn du dich an die, äh, an den ungeschriebenen Standard, äh, äh, um Software zu bauen hältst, also, äh, Configure, Make, Make, Install, dann müsste, äh, müsste es trivial sein. Also, dann müsste das, äh, fast so gehen. Dann musst du noch ein bisschen, ein bisschen rumpfummeln mit den, mit den, äh, Permissions eben, mit diesem Manifest, weil deine App will vielleicht irgendwas machen, will irgendwie Dateien speichern oder, oder, ich weiß nicht, irgendwie Sound machen oder so. Also, dann muss man noch ein bisschen, äh, recherchieren, Doku lesen für das, äh, äh, für eben dieses Manifest, wie man das baut, damit die Sandbox das erlaubt. Aber sonst, äh, ist relativ einfach. Und dann, äh, kannst du deine, deine App shippen, ne? Also, die Idee ist auch, ein bisschen die Distributionen, äh, unwichtiger zu machen. Das, äh, der Punkt gefällt mir eigentlich nicht so sehr, weil Distributionen, die machen ja schon sinnvolle Arbeit. Wir haben ja nicht, äh, gefühlte 30 Distributionen, äh, weil alle Spaß machen, Spaß daran haben, Distributionen zu machen, sondern weil sie, äh, wichtige Aufgaben, äh, für uns erfüllen, für das GNU-Linux, äh, Ökosystem. Distributionen machen sowas wie, äh, License-Checks. Distributionen machen sowas wie Integrity-Checks. Distributionen machen, sorgen irgendwie dafür, dass die Software auch zu dir kommt und das in einem hinreichend sicheren, äh, äh, na, äh, auf einem hinreichend sicheren Wege. Distributionen machen, äh, First-Level-Support. Distributionen machen alle Sachen, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben, die jetzt vielleicht, äh, wie soll ich sagen, die wir vielleicht noch schmerzlich vermissen werden, wenn wir den, äh, die Distributionen rausholen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein großes Plus, äh, oder es fühlt sich sehr, nach einem sehr großen Plus an, wenn der Anwendungsentwickler, äh, ziemlich dicht an seinen Benutzern ist. Nicht? Also wenn die App nicht erst zwei Jahre lang für Debian gepackaged werden muss und dann noch zwei Jahre lang darauf warten muss, bis das nächste Stable-Release kommt. Das, äh, also, ja, ist so ein bisschen die Idee und ich glaub, es ist cool und ich glaub, die, wir werden in einer besseren Welt leben, wenn die Leute anfangen, ihre Apps, äh, zu kontainerisieren. Weil wieso, wie so genau muss, äh, darf eigentlich mein Solitär noch meine OpenPGP-Schlüssel abgreifen? Es gibt keinen sinnvollen Grund, warum das, äh, warum mein Solitär das können darf, nicht? Und wir sollten irgendwie daran arbeiten, dass wir dahin kommen, dass das Solitär das eben nicht kann. Und naja, es wird dann gearbeitet. Äh, Case 32, Flatback, sehr gerne. Also ich, äh, bin heute den ganzen Tag noch da. Wir können sehr gerne, falls du Bock hast, deine App, äh, versuchen zu flat packen. Und es sollte nicht, äh, der initiale, das initiale Konstrukt sollte relativ schnell da sein und die Feinheiten dann mit dem Manifest und so, das muss man dann im Detail nochmal sehen. Flatback, Nummer zwei. Ein bisschen mehr Experimental ist, ähm, ähm, naja, der ganze Themenbereich von Peripherie, die man so an seinen Computer anschließt. Ich habe in meinem frühen Leben ein bisschen, ähm, USB-Security gemacht. Ich habe Coebo ein bisschen aufgebohrt, um, äh, USB-Kommunikation in Software zu machen, damit ich, ähm, die Betriebssysteme und Anwendungen, ähm, ein bisschen mehr testen kann, fassen und so. Und dann habe ich gemerkt, dass USB relativ, äh, ein relativ großes, äh, äh, Angreifer-Potenzial hat einfach, weil es stellt sich raus, dass man mit so einem, mit einem USB-Gerät kann man ungefähr jeden Linux-Treiber anziehen. Oh, das ist schon ziemlich scary, weil es gibt eine Menge Code im Linux-Körnel, der vielleicht nicht so oft ausgeführt wird und der vielleicht, äh, insbesondere nicht oft ausgeführt wird mit komischen Daten von einem dodgy Gerät, was man irgendwie einfach anschließen kann. Anyway, USB halte ich für relevant, äh, weil wer weiß schon, wann man sein USB benutzt. Also, ich meine, hier in meinem Laptop ist eine Kamera dran, äh, dass, dass sie über USB läuft, habe ich rausgefunden, aber das dürfte nicht, wie soll ich sagen, es dürfte nicht, nicht trivial sein für den, für den normalen Benutzer, äh, zu sagen, dass jetzt diese Kamera über USB läuft. Und viel wichtiger, als, äh, wann man sein USB benutzt, ist eigentlich die Frage, wann man sein USB nicht benutzt. Und, wenn man das nicht benutzt, wer dann, das, äh, den USB benutzt. Und wir haben in der Vergangenheit auch, äh, tatsächlich Angriffe über USB gesehen und damit meine ich richtige, äh, Schwachstellen in, äh, Betriebssystemen, die mit USB-Geräten arbeiten. Es gibt auch die anderen, äh, äh, Exploits, die in der Tastatur sind und dann irgendwie, äh, Windows R und CMD drücken oder so. Das, äh, gibt es auch, halte ich aber im Vergleich für relativ langweilig. Anyway, gegen diese Art von Angriff möchte man sich ja vielleicht schützen, weil, also ich werde, äh, heute wahrscheinlich kein USB-Gerät mehr einstecken. Und wieso, äh, also, wieso lädt mein Gerät, äh, mein Computer, mein Betriebssystem, wieso erlaubt es mir, jeden Kernel-Treiber anzuziehen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich heute, äh, kein Gerät mehr einstecken will. Insbesondere habe ich ja vielleicht manchmal den Screensaver an. Und wenn ich den Screensaver anhab, bin ich in aller Regel gar nicht da. Bin ich in aller Regel nicht am Rechner. Und dann, also, wenn ich nicht am Rechner bin, will ich in aller Regel auch kein USB-Gerät reinstecken. Nichtsdestotrotz, äh, lädt mein Linux-Körner fleißig alle Treiber nach. Auch wenn ich jetzt drei Wochen nach Malle fliege, dann, äh, kann hier jeder USB reinstecken und bei mir Code ausführen. Das finde ich, äh, nur Medium gut. Und ich, äh, glaube, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn, naja, äh, ich, äh, also ich speziell, aber auch der Benutzer im Allgemeinen die Kontrolle darüber hat, was mit seinem USB passiert. Und, ähm, wir haben mal ein bisschen gebastelt und das ist jetzt, wie gesagt, ist ein bisschen experimentell. Und wir, also das ist jetzt ohne, ohne fancy, shiny UI und so. Es gibt, ähm, tatsächlich, es gibt noch ein bisschen fancy UI, aber das, äh, da war ich zu faul für, das jetzt vorzubereiten und so. Weil man muss immer Video machen, weil die muss gehen immer nicht und so. Äh, wir sehen die Funktionalität des Blockings von USB. In dem Fall haben wir dem, äh, dem Betriebssystem gesagt, wir möchten ab jetzt kein, äh, kein USB-Gerät mehr anschließen. Und wir kriegen dann vom Betriebssystem Bescheid, vom Kernel, dass wir ein neues Gerät gerade angeschlossen haben und wir hätten an der Stelle die Möglichkeit, zu entscheiden, ob wir das Gerät, äh, naja, weiter erlauben oder nicht. Und, äh, also mit der Konsequenz, dass dann Treiber angezogen werden und all die schlechten Dinge, von denen wir gerade, äh, dass sie nicht passieren. Nun, das Blocken, ich meine, dafür muss man kein Code schreiben, dafür kann man sich irgendwie Epoxidharz nehmen und seinen USB-Dinger zukleben. Das, äh, geht auch. Äh, man kann, äh, mit dem Epoxidharz aber nicht, äh, nur Pen-Drives erlauben, Mass-Storage zum Beispiel. Das, äh, geht jetzt aber mit dem Stück Code. Also, dieses, äh, dieser Stück Code, der, äh, lässt jetzt den, das Pen-Drive durch, wie wir gerade mit diesem, äh, Gnome Shell-Popup da gesehen haben und blockt so ein, äh, das zweite Gerät ist so ein, äh, ich glaube so ein Präsenter oder irgendwas oder eine Maus oder weiß ich nicht mehr. Irgend so was. Also der, der typische Bad-USB-Dings, nicht? Die Tastatur, die heimlich angeschlossen wird, ohne dass wir merken, dass das eine ist, dass es, äh, dieser Fall, den haben wir jetzt in dem Fall, also mit diesem Stück Code, geblockt. Und es wäre ja eigentlich, äh, eigentlich wäre es doch ganz gut, oder man, es sei die Frage erlaubt, ob es nicht gut sei, wenn, äh, äh, solche, äh, solche Funktionalität automatisch aktiviert wird, wenn, äh, hinreichend klar ist, dass ich gar nicht am Rechner bin. Ergo, auch kein neues USB-Gerät anstecken will. Und selbst dann, selbst wenn ich am Rechner bin und ein USB-Gerät reinstecken will, sei die Frage erlaubt, ob es nicht irgendwie, ähm, eine hübsche Möglichkeit gibt, äh, den Benutzer ein bisschen mehr Kontrolle darüber zu geben, was passiert, ohne im Weg zu stehen. Nicht? Und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen an dem, an dem, äh, Knackpunkt, den ich, äh, für einen sehr wichtigen, äh, Innovationstreiber von, von Gnome-Halte, nämlich herauszufinden, wie man, ähm, wie man Konzepte erstellt, die es erlauben, seine, seine Arbeit zu erledigen, ohne, dass sie im Weg stehen. Es gibt als, äh, äh, letzten Eindruck, glaube ich, diesen, äh, dieses Shell, Gnome-Shell-Plugin. Man sieht, äh, also wenn man überhaupt was sieht, oben rechts ist so ein, ist so ein Schloss einfach, oder so ein, äh, Vorhängeschloss. Und in dem Fall haben wir ein, haben wir das so programmiert, dass wenn das Schloss zu ist, dann, äh, ist USB aus, und wenn das Schloss auf ist, dann ist USB an. Und das, äh, also zumindest diese relativ einfache Modifikation würde es mir erlauben, äh, naja, meinen Computer zu sperren, USB-mäßig, bevor ich nach Malle fliege. So, das, äh, wäre eine Möglichkeit. Aber ich halte es tatsächlich für clever und da müsste, müsste mal jemand, äh, sich überlegen, wie das, äh, so mit so einem Screensaver geht und wie man das am besten miteinander verheiratet. Und wenn da jemand, äh, Lust hat, sich darum zu kümmern, dann, also, herzlich gerne, nicht? Also, ist, äh, äh, mit, mit beiden, mit zwei, drei offenen Armen, mit allen offenen Armen, die ich habe, äh, empfange ich die Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Ja, das, äh, war es im Prinzip von mir. Meine Show ist vorbei. Ich, äh, mir bleibt zu sagen, dass genommen ein internationaler, eine internationale, Anstrengung ist. Die Leute kommen aus allen Ecken und Enden der Welt. Und wie das bei freier Software eigentlich immer so ist, äh, neue Leute sind immer gerne willkommen. Das, äh, tatsächliche Coden, das Ausprogrammieren von Dingen ist, äh, nur eine Beschäftigung von vielen. Ich hatte schon die Übersetzung erwähnt. Andere Sachen sind tatsächlich Designs malen, tatsächlich mit Inkscape-Fenster auf und zu ziehen und gucken, wie, äh, wie eine Benutzer-Führung aussehen könnte, die, naja, einen Job erledigt und nicht im Weg steht. Und es gibt relativ viel Felder, ähm, naja, in denen man sich engagieren kann. Das gilt wahrscheinlich nicht nur für GNOME, äh, sondern auch für alle freien Software-Projekte, aber ich, äh, würde es begrüßen, äh, neue Leute im, im GNOME-Projekt, äh, naja, begrüßen zu können. Dann, ähm, bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanke und ich, äh, nehme sehr gerne Fragen entgegen, noch jetzt die letzten paar Minuten, die wir haben, oder dann selbstverständlich auch später noch. Und auch in diesem Workshop, den ich erwähnte, der irgendwann später stattfindet. Herzlichen Dank. Traut sich jemand, Fragen zu stellen? Oh, Mist. Weiß nicht. Ja, ja, schreib mal rein, ich wiederhole dann wahrscheinlich. Diese, diese USB-Blocking-Extension, nein, das ist, äh, brauchst du einen GNOME-Gold-Account, kannst du bei mir kaufen. Nein, nein, das gibt's, äh, tatsächlich nicht, weil das, äh, ist noch sehr roh, ne, also ist, äh, 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 anders. GitHub. Genau, genau, nee, es, äh, es liegt im, im GitHub irgendwo rum, das gibt es, äh, äh, ja, aber noch nicht, äh, weiter in hübsch. Ja, github.com slash, hab ich vergessen, müssen wir, müssen wir gucken. Aber es, also es, äh, es sollte nicht so schwierig sein, dass du finden, hast du schon mal Google, kennst du Google? Na, genau, ja, die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens, die, äh, sollte das vielleicht finden. und wenn nicht, dann schreibst du mir eine E-Mail. Ja, also der Einwand nach, äh, User Intervention sei ja nicht nötig, insbesondere bei dem, äh, USB-Blocking-Case, weil, wenn der Rechner gelockt ist, dann braucht man eine Tastatur. Ja, ist, äh, korrekt. Das, äh, da glaube ich, muss man noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, weil, es gibt potenziell, so Breie-Tastaturen oder Breie, äh, nicht Tastaturen, so Breie-Displays und die willst du im Zweifel auch haben und vielleicht willst du auch, äh, noch cleverer sein und alle Geräte erlauben, die vorher schon da waren. Und, also, du hast recht, also der, der absolute minimal case ist eine neue Tastatur, weil die geht kaputt irgendwann, insbesondere wenn ich Fingerprints eintippen muss, dann ist die nach zwei Jahren durch und deswegen, äh, muss ich jedenfalls, äh, erlauben, eine Tastatur zu machen. Aber ich glaube, ist noch nicht so trivial. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen, äh, ein bisschen cleverer werden als das. Bitte. Flatpack, ja. 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 Ja, die Frage ist, wie das denn wohl angedacht ist, die Software tatsächlich zu verteilen, ob das irgendwie separat passiert oder ob das irgendwie in Kollaboration mit Distribution passiert. Es gibt jetzt gerade, wie wir hier stehen, eine Bemühung, FlatHub aufzumachen. Das ist dann also der App-Store für freie Software vielleicht. Oder nicht nur freie Software, sondern für Software allgemein, weil es gibt auch, äh, mittlerweile Spotify und Skype und all den Käse, die man, die man vielleicht, äh, also sowieso nicht laufen lassen will, aber wenn, dann vielleicht nur in einer Sandbox. Und, ähm, das passiert meines Wissens nach separat, aber auch, weil, äh, meines Wissens nach ist nicht klar, wie so eine Kollaboration gerade aussehen könnte. Ich weiß aber, dass die, äh, dass die Leute danach streben, eine, naja, eine wie auch immer geartete Lösung zu finden, um, naja, wenigstens all diese Dienstleistungen, die die Distribution heute für uns durchführen, und Trust ist eine sehr große Dienstleistung tatsächlich, äh, wie wir das, naja, äh, wie wir nicht ganz von, von, von 100% Distribution auf Null äh, kommen, oder? Also, irgendwie, muss man, muss man nicht, aber, äh, irgendwo gibt's vielleicht noch einen Mittelweg, den es, den es sich lohnt zu bestreiten, und da ist meines Wissens nach keine, hat sich bislang noch nichts ergeben. Aber ich bin auch nicht, nicht ganz, äh, tief drin, muss ich sagen. Ja. Ja, also, der, die Frage war, wie das denn, äh, äh, ist mit, äh, proprietäre Software, ich sag mal nicht kommerziell, weil ich finde das einen schlechten Begriff, ne, also freie Software und kommerzielle Software, die, das ist nicht widersprüchlich, äh, der Unterschied da ist, dass du bei der, ein Software, äh, äh, also selbst auch bei der kommerziellen, hast du potenziell deine, deine Computational Freedom, und bei der proprietären Software eben nicht. Und die, du hast völlig recht, ist es auch, ähm, initial hab ich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, ähm, einen, eine Lösung zu propagieren, die es proprietärer Software erlaubt, relativ einfach in die Hände von Benutzer, von Benutzer zu kommen. Äh, weil, also, tatsächlich, äh, Software Distribution haben wir ja eigentlich schon 25 Jahre lang gelöst. Das ist das, was wir machen. Also, wir machen seit 20, 25 Jahren nichts anderes, als Software kompilieren, irgendwo hochladen, und dann später wieder runterladen. Das ist so das, äh, warum wir 10 Distributionen haben, die alle das Gleiche machen, aber jeder fühlt sich toller als der andere. Und dieses Problem selbst haben wir ja eigentlich, eigentlich, äh, gelöst. Aber, also, ich mein, äh, de facto ist es halt doch nicht ganz gelöst, irgendwie nicht. Also, de facto hast du das Problem, dass du als Abentwickler, selbst wenn du freie Software machst, dass du jetzt gerade noch 2, 3 Jahre warten musst, bis der Debian-Nutzer dein Kram installieren kann. Und selbst das auch nur, wenn du, äh, dich drei Monate lang eingelesen hast, wie du ein vernünftiges, äh, Debian-Paket baust. Und dann willst du vielleicht nicht nur die Debian, äh, Benutzer erreichen, sondern auch noch die für Dora-Jungs, und dann musst du was ganz anderes machen. Musst du mit RPM, äh, rumbasteln, was, also, noch viel grausamer ist, als der, als der ganze andere Kram zusammen. Und, also, wir haben, wir haben da Probleme. Es, äh, also, äh, ist tatsächlich erstaunlich, wie wenig, na, klingt jetzt wieder gemein, aber ich, ich sag's trotzdem, der, der, der Diskussion wegen, ist erstaunlich, wie wenig fortgeschritten wir tatsächlich, äh, sind jetzt nach 25 Jahren freier Software. Und da löst, oder sehe ich eine potenzielle Lösung in so einer, naja, äh, wenn man die Benutzer direkt, äh, verbindet eben mit den Developern. Und, ähm, um, äh, deinen Punkt nochmal abschließend aufzugreifen, äh, äh, du hattest es auch erwähnt, ich glaube, wir dürfen tatsächlich nicht absichtlich die proprietären Software-Vendors mal ignorieren oder ausschließen. Es ist so ein bisschen, äh, hat mich Überwindung gekostet, tatsächlich, aber wir, es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Kram nur machen, damit wir proprietäre Software laufen lassen können. Sondern der Hauptgrund ist und bleibt, die Probleme, die wir sehen mit, äh, dem traditionellen Distribution-Model, naja, ein bisschen zu lindern und noch mehr Security, äh, anzubieten. Und, äh, als, äh, Seiteneffekt, ob gut oder schlecht, gibt's eben, äh, eine sehr einfache und bequeme Möglichkeit für proprietäre Software in die Hände von Benutzer zu gelangen. Ich glaube, es ist okay. Oh, du warst vielleicht erst mal. Ja, USB-Guard, genau. Das ist, äh, da, die, die hübsche Fancy-Gui, die, also, vielleicht wiederhole ich deine Frage, bevor ich jetzt, äh, so overly excited, äh, anfange zu plappern. Äh, der Einwand war, oder der Kommentar war, ob ich denn USB-Guard kenne. Ja, kenne ich, sehr gut. Ist, äh, ja, tiptop, also machen. Ist, äh, ist wirklich gut. USB-Guard ist eine Software, die, äh, das macht, was wir gesehen haben, in, ja, hinreichend gut. Also, ist, äh, noch ein bisschen, manchmal ein bisschen merkwürdig an einigen Stellen. Also, ich weiß, ich hab das in letzter Zeit nicht mehr verfolgt, als ich das Initial mir angeschaut hab. Da hat, äh, der Kollege irgendein weirdes IPC benutzt. Also, die ganze Welt benutzt D-Bus, nur er will C++ und irgendwas anderes machen, weil, weiß ich nicht, ist irgendwie toller oder so, aber ist dann halt völlig inkompatibel. Und, äh, aber wir haben uns dann unterhalten und mittlerweile gibt's auch ein D-Bus-Interface und das benutzen wir dann auch tatsächlich für die hübschere GUI und so, die ich jetzt nicht gezeigt hab und so weiter. Aber, ja, USB-Guard ist bekannt und wird verfolgt und ist, äh, ist gut. Hoffentlich entwickelt sich da was. Du schüttelst so unglaublich den Kopf. Ah, ja, gut. USB-Guard selbst ist relativ, äh, ist relativ langweilig, ne? Also, in dem Sinne, dass, ähm, du eigentlich erstmal nichts machen kannst. Also, wenn du USB-Guard startest, dann passiert halt erstmal nix. Und wenn du deinen Screen logst, dann passiert halt auch erstmal nix. Ja, genau. Dann, äh, dann, äh, hab ich, äh, mir die 30 Cent für das Epoxidhart gespart. Ja, ja, genau. Äh, äh, ja, es gibt so ein, so ein Cute-Applet. Das ist so ein bisschen, äh, aus mehreren Gründen schwierig. Äh, aber, ja, die Funktionalität ist da. Ja, und ganz oft, ähm, geht's auch, oder, ich halte die eigentliche Challenge nicht dafür, Sachen technisch möglich zu machen, sondern die so zu deployen, dass sie, äh, dass man sie möglichst wenig falsch benutzen kann. Und da halte ich USB-Guard für noch nicht so weit. Aber ich halte es für sehr lohnenswert, äh, daran zu arbeiten, unbedingt. Und, ja, also, USB-Guard tipptopp. Wirklich gut. Weiß nicht, ich nehm einfach dich in der Mitte da. Die Frage war nach der, Argumentationskette für, äh, den Grund, dass in den, ähm, Desktop-Environments zu machen, die ja relativ hoch im Stack angesiedelt seien. Und warum man denn den Kram nicht, äh, tiefer macht, wie beispielsweise in, äh, System.D. Und, ähm, also, speziell jetzt für den USB-Fall ist es so, dass Linux das schon selbst kann. Und tatsächlich ist das technisch, äh, ist das einfach. Ach, also, der System.D. bräuchte da gar nicht so viel zu machen, sag ich mal. Also, das, äh, ist Echo 1 oder 0 in ein bestimmtes, äh, in Proc und dann, oder in Sys, und dann machst du die Sachen an oder aus. Und dann brauchst du noch ein bisschen, brauchst du noch ein bisschen, äh, Glue daran kleben, um, äh, Bescheid zu kriegen von UDEV nach neuen Geräten und so. Von daher, ähm, äh, ist da gar nicht, gar nicht so viel Magie eigentlich dran, technisch letztendlich. Man könnte sich bestimmt überlegen, dass man, äh, weiß ich auch nicht genau, äh, Unit-Files, äh, so noch umändert oder erweitert, dass man USB-Regeln hinzufügen kann oder so. Weiß nicht genau, wie das jetzt gehen würde, aber könnte man sich sicher überlegen. Äh, ich glaube, am Ende des Tages, zumindest jetzt in dem USB-Fall, wirst du Fälle haben, wo der Benutzer einschreiten muss. Ich, also, meine liebste Lösung ist, eine Lösung, die einfach so funktioniert. Ohne Button. Ohne, ohne gar nichts. Einfach, äh, Programm installieren läuft. Das wäre also meine allerliebste Lösung. Von daher wäre ich, wäre ich sehr erfreut, wenn es eine, äh, Lösung gibt, die tief im Stack gibt, die, die tief im Stack lebt, die ohne User Intervention auskommt. Das wäre, fände ich, fände ich super. Nun glaube ich, speziell in dem USB-Fall wird es Situationen geben, die wir, äh, nicht so vorhersagen können, dass wir sie ausprogrammieren können. Wir müssen, ich glaube, wir müssen irgendwie einen, eine Möglichkeit schaffen, für den Nutzer dazu, aktiv zu werden, irgendwie. Ja. Wenn du ein Konzept hast, um das zu umgehen, dann, also please, by all means, send patches. Bitte. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Die, äh, Frage war nach, ähm, den, äh, mit den Containern, mit den Apps, äh, und den Abhängigkeiten, und, äh, wie es denn da mit der Sicherheit aussehe, äh, naja, wenn denn auch über die Zeit Sicherheitslücken bekannt werden und so, ist katastrophal, ne? Also, es, äh, gibt, äh, meines Wissens nach nichts, um, ähm, ähm, da auch nur ein halbwegs vernünftiges Security-Management, äh, Release-Management zu betreiben, ist alles ein bisschen Wild-West, äh, aber, also, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist immer noch State-of-the-Art. Also, wenn du dir andere, äh, Sachen anguckst, die, äh, gebundelte Software shippen, dann, äh, glaube ich, sieht das ähnlich schlecht aus. Es gibt, äh, um das zu sagen, ich hab das nicht erwähnt, wir haben ja auch nur so wenig Zeit, und wir sind ja auch schon zehn Minuten drüber oder so, es gibt, ähm, mit dem Flatpak ist es so, dass die Apps ihre, ihre Libraries im Prinzip selber mit shippen, und dann hast du natürlich das Problem, dass in dem Jahr, äh, wenn du 20, äh, Schwachstellen, wenn die sich akkumuliert haben in der Library, dass du dann im Zweifel immer noch auf derselben alten Lip, äh, rumhängst als ab. Und das Problem wird so ein bisschen entschärft, dadurch, dass es mit den, mit dem Flatpak, im Gegensatz zu, ich glaube, den App-Images, mit Flatpak gibt es, äh, im Prinzip zwei, äh, wie sagt man, Container, die du, die du dir runterlädst, nämlich zum einen die sogenannte Runtime, das ist so deine, die Basis, auf der du läufst, und zum anderen dann die eigentliche Up. Und die Idee ist so ein bisschen, dass deine Runtime so die wichtigsten Libraries enthält, und dass die separat eben geupdatet werden, dass du als Up, äh, als Up-Entwickler, äh, naja, nur deine, deine eigentlichen Funktionalitäts-Slips hast, die nicht in der Runtime sind, und der, naja, der Rest wird eben von woanders gemanagt. So ist das ein bisschen, äh, ein bisschen gedacht. Das ist, äh, also das verschiebt das Problem ja nur, also das macht es ja, also erstmal per se nicht besser. Die Hoffnung ist dann vielleicht, dass wenn, äh, es größere Runtimes gibt, auf denen alle arbeiten, dass da mehr Druck und mehr, naja, einfach Organisation hinter steckt, als wenn jetzt, äh, der Siebtklässler, wollte ich gerade sagen, seine Twitter abprogrammiert. Murat, schon mal zu sagen? Nein? Nichts. Gut, ich, äh, sage mal, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die angeregte Diskussion und die Aufmerksamkeit, und ich freue mich, das weiterzuführen gleich noch bei Bier oder Martin. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.